Hard Reset Einstellungen in Hawaii P30 Lite Hallo, meine Freunde, wie geht es euch? Ich hoffe, es geht Ihnen gut und Sie sind unter diesen Umständen, insbesondere aufgrund des Coronavirus, bei guter Gesundheit. Bevor Sie sich das Video ansehen, abonnieren Sie den Kanal, um uns zu ermutigen, fortzufahren und Ihnen zu danken. Wie kann ich Hawaii P30 Lite auf die Werkseinstellungen zurücksetzen? Wie lösche ich alle Daten in Hawaii P30 Lite? Wie kann ich die Bildschirmsperre in Hawaii P30 Lite umgehen? Wie kann ich die Standardeinstellungen in Hawaii P30 Lite wiederherstellen? Hier finden Sie alle möglichen Methoden zum Zurücksetzen Ihres Hawaii P30 Lite auf die Werkseinstellungen. Nach Abschluss des Vorgangs sieht das Hawaii P30 Lite neu aus und die Basisleistung des Hawaii Silikon Kirin 710 wird schneller sein. Erste Methode Schalten Sie das Gerät zunächst mit der Ein-Aus-Taste aus und schalten Sie es aus. Hardreset.info Drücken Sie nach dem Ausschalten des Telefons die Lautstärke-Tasten und die Ein-Aus-Taste gleichzeitig, bis Sie den Hawaii-Verlauf sehen. Hardreset.info Wählen Sie im Menü Datenlöschen-Werks-Einstellungen zurücksetzen, indem Sie die Lautstärke-Tasten bewegen und die Ein-Aus-Taste bestätigen. Hardreset.info Bestätigen Sie den Vorgang, indem Sie Ja eingeben und dann Datenlöschen-Werks-Reset auswählen. Hardreset.info Wählen Sie erneut Datenlöschen-Werks-Einstellungen zurücksetzen. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, klicken Sie mit der Ein-Aus-Taste auf System jetzt neu starten. Hardreset.info Der Reset wird in wenigen Augenblicken abgeschlossen sein. Jetzt ist Ihr Telefon neu. Wenn Dir das Video gefallen hat, schreibe in die Kommentare Deine Meinung. Danke und sehe Dich in einem neuen Video.